Sex Master One Yes Die verschwinden einfach vor dir Du guckst sie einfach so an und dann hören die auf zu existieren Wenn ich allein schon höre, dass Slime Rancher 2 kommt, ne? Dann fühl ich mich so alt Sag mal Giveaway, wenn das Video 10 Likes kriegt, dann lädst du einfach die Mod hoch Ich geh jetzt in Haft Patrick kommt aus der Urhaft raus Was bringt das? Wir kommen nicht drüber, wir haben keinen Jetpack Ist das wirklich ein Furry, der das entwickelt hat? Ja Vielleicht habe ich dich zu harschli Eine Rekritte, die das nicht existiert auf meiner Farm Schau an das Stopp hacken mein Video-Game Oh mein Gott Die Zeit ist weg Also respawnen als Sachen, wenn du das machst, ne? Echt? Ja Interessant Hast du das, Junge? Meine scheiß Ethik-Potzenlehrerin, ne? Die nach Fisch stinkt Das ist doch ein Küken Ich schmeiß das einfach Eiskelz ins Gehege rein Weil da wachsen wird, wird er gegessen Ich schick einfach, ich erstmal schieß ich noch ein paar Küken ins Gehege rein Ich brauche das Geld, man, das kannst du mir globen Ich brauche Zigaretten, Geld Ich abfüße, Mann Du weißt nicht, wie ich werde, wenn ich nicht mehr eine Zigarette habe Oh, seid ihr nicht hungrig? Okay Theo, ich bin grad ziemlich müde Nein Hör auf, tu es nicht Ich hab kein Fleisch mehr für die Ich hasse dich Literally don't care Oh mein Gott So, ist einfach ein Money-Glitch, ich tauche einfach immer mehr auf Oh mein Gott, deine scheiß Katze ist schon wieder ausgebrochen, Alter, ich schwöre es dir Tötest du jetzt nicht? Ja, ich töte jetzt alles Wir zeigen den Mitarbeitern der Behörde Bilder, die Tierschützer verdeckt gedreht und SternTV sowie dem Stern zur Verfügung gestellt haben Die leiden aus einem Schlachthof in ihrem Zuständigkeitsbereich Die Bilder, die sie gezeigt haben, zeigen erhebliche Tierschutzverstöße und machen mich betroffen Schade nur, dass ich nicht gefragt habe Hier, du hast einige Vegetarien, du verdammte Scheiß Der fehlt dich nicht Ich habe die Vegetarien Bro, bitte Ich zeige dir, ich mag die Vegetarien Wie könnte sich da drin fortwörtlich gar nicht bewegen Da ist einfach Presspassung da drin Ich würde mehr reinfüllen, wenn es gehen würde Ey, jedes Mal wenn du schlafen gehst, resettet sich meine Energie Ich könnte unendlich fliegen, wenn du einfach immer schlafen gehst Lass das mal gleich ausprobieren Mach einfach, ich kann grad die ganze Zeit unendlich fliegen Als weiter Goodbye See you next time Wie ist der Kurs gerade? Ganz gut. Sehr gut sogar. Nein! Meine ganze Arbeit! Man kann die Drohne nicht im Multiplayer setzen. Ich habe die letzte Stunde darauf hingearbeitet, dass ich diese Drohne eigentlich habe. Und jetzt kann ich sie nicht benutzen. The fuck, I'm a furry rapist. I hate him again. Fuck you for a piece of shit. Feed my children, feed. Der ist tatsächlich kaputt, Alter. Der entleert einfach alles. Aber das wäre auch so Alpha as fuck, wenn du so drei Frauen hast und so zwei Ehemänner und alle allein gelassen hast. Warum ist das Alpha? Yeah, ich habe mehrere Leben reiniert. Alpha. Wenn alles friedlich läuft, aber Felix auf einmal anfängt zu gehen. But life is ultimately meaningless. Yes, yes. You finally get it. Life is ultimately meaningless. Wir sind gerade Tönnies, Junge. Wir verdienen einfach mit Tierquälerei richtig Cash Money. Ist einfach der Tönnies Simulator. Let's go. Meinst du uns unterstützt auch ein korrupter CDU-Politiker so in der Storys? Wie viele Taten hast du jetzt eigentlich schon? Keine Ahnung, fünf oder sechs. Scheiße, was ist das denn? Ich kann nur immer wieder sagen, was bei euch da ist, das geht nicht mit rechten Dingen zu, Felix. Wenn man schlau arbeitet, muss man nicht hart arbeiten, ne? Halt die Fresse. Wenn man schlau und hart arbeitet und schlau und hart und schlau und dumm und scheiße. Ich mach den Titel einfach illegales Fleischkartell in Berlin. Tönnies. Tönnies. Das ist einfach Slime Rancher Gameplay. Einfach unmarked Slime Rancher Gameplay. Jetzt haben wir in die Freske geschlagen. Sollen wir Respekt vor der deutschen Wirtschaft hier haben. Ey Junge. Achso, du hast gerade geklaut. Ich muss einfach ganz laut sagen, ah gut geklaut. Sehr gut. Es hat keiner gemerkt, dass du dir den Schokoriegel eingesteckt hast. Junge, du brauchst, das dauert zwei Minuten. Wir müssen nur noch noch mehr Sachen von dir stehlen und dann... Oh mein Gott. Die FDP sagt also nichts vom Brot runternehmen hier und dann fucken die so der CDU dabei zu, wie die Korrupt einfach die ganze Zeit den ganzen Steuern zahlern, dass die Butter vom Brot nehmen. Die afghanische Frau, wenn ich ihrem Sohn ins Gesicht schieße. Mein Held. Es ist cool, dass ich mir in letzter Zeit richtig viel Deprimoppe reingemacht habe. Das hilft. Weißt du. Vor allen Dingen, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und sowieso schon down bin in letzter Zeit. Das hilft. Das ist richtig gut. Fange ich immer hinterm Steuer an zu weinen. Das hält mich wach. Ich habe letztens meine Schwester gefickt. Der Markt hält das aus. Ich denke, du skippst hier 100 Jahre in die Zukunft. Bald hat hier Deutschland Kohleausstieg, Felix. Nee, du musst dir mal denken, wo überall sowas für große Konsequenzen einfach so kleine Entscheidungen von denen haben können. Und dann willst du mir sagen, dass ich einfach das geringere Übel wähle. Die teleportieren sich einfach zurück, wenn ich die runterschieße. Ist richtig asozial. Geht sterben, bitte. Neue Freemleben. Hartmut. Ja. Guck mal, guck mal. Willst du mal das wahre Finale sehen? Alter. Nooo! Digga, das ist neu Freerange Slime. Bio, Bio. Bio diese. Jo, thanks man. I appreciate it. Alter. Ah, genau. Eine Sache mach ich noch. Gib noch kurz seine Schlüssel aus. Ja, ähm. Reicht für heute? Bissi. Nooo! Nao! Ich würde jetzt mal mailen clinicalen von Demonne voi.